Großes Thema, viele sprechen nicht darüber und so kann es enden. Wenn die Nägel an der Seite einwachsen, weil zum Beispiel die Schuhe zu eng sind oder es nicht richtig geschnitten wird, dann entsteht auch eine Entzündung und das ist sehr schmerzhaft. Was hier passiert ist, es wird einfach schön scharf weggeschnitten. Der Bereich, der in das Fleisch in die Seite hineinwächst und zu der Entzündung führt, wird entfernt und meistens wird es danach auch deutlich besser.